Mewtwo fast gefangen, Fragezeichen, Rufzeichen, damit gewahrt und ein wenig Pokémon GO. Heute ist der 11.11.2017 und das bedeutet neue X-Raids und zwar einige. Im Startpark einige, in Unibail Rodemco Malls einige und so weiter und so fort. Und ich war im Drunau Zentrum. Das ist eben eine Shopping Mall von dieser Unibail Rodemco Kette, wo unter anderem auch das Zentro in Oberhausen dazu gehört. Dort gab es zwei Raids parallel und ich durfte wieder Gameplay aufnehmen. Team Rot, von den Leuten her, ich will jetzt ein bisschen labern, was war dort, was hat sich geändert im Vergleich zu den letzten Malen. Um 13 Uhr hat es circa begonnen. Wir, also nicht circa, um 13 Uhr hat Mewtwo begonnen. Wir waren etwa 20 Minuten vorher da und man hat schon gesehen, da war eine Gruppe, dort war eine Gruppe, da war eine Gruppe, da war eine Gruppe. Aber es waren circa vier bis fünf Gruppen und hat man so mal rumgefragt, wo ist welche Farbe. Überraschenderweise am wenigsten aus Team Blau, wenn ich das richtig gehört habe, waren nur neun blaue Leute physikalisch anwesend. Und genau, Team Rot ohne Ende, auch bei Gelb, glaube ich, sind sich sogar zwei Gruppen ausgegangen. Ich würde tippen, dass so circa 40 Leute, 40 plus, eine Einladung vor Ort bekommen haben. Kann ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein. Und wer weiß, da ein oder andere aus der Luft eventuell. Lustigerweise, beziehungsweise nennen wir es kurioserweise, gab es Leute, und da habe ich sogar einen Screenshot als Beweis, die für zwei Raids eine Einladung erhalten haben. Also für zwei Mewtwo Raids, die um 13 Uhr im Drohner Zentrum stattgefunden haben, an zwei verschiedenen Arenen. Da gab es Spieler, die haben, wie gesagt, für beide Mewtwo Raids eine Einladung. Ich meine, es wird immer kurioser. Nicht nur, dass einzelne Spieler schon das sechste Mewtwo haben. Nein, einzelne Spieler bekommen am selben Tag, zur selben Uhrzeit eine Einladung. Die müssen sich praktisch, weiß nicht, auftrennen, aufteilen, aufsplitten in zwei Persönlichkeiten. Wie auch immer. Das fand ich ziemlich, ja, wie gesagt, kurios. Ansonsten, ein Level 10er hat eine Mewtwo Einladung erhalten. Ebenfalls sehr genial. Der ist dann Level 11 geworden, direkt mit den Erfahrungspunkten aus dem Raid. Also das war, glaube ich, wirklich der tiefste Rekord. Ich habe noch nie von einem niedrigeren Spieler gehört als Level 10 für eine Mewtwo Einladung. Heftig. Wirklich heftig. Wie immer bei solchen Raids, das habe ich auch schon in meinem ersten Mewtwo Video erwähnt, wer nicht pünktlich da ist, den bestraft vermutlich das Leben. Denn direkt um 13 Uhr ging es eigentlich bei den meisten los. Einer hatte dann Probleme. Ich weiß nicht, woran es lag, Internet oder GPS. Irgendwie kam der nicht rein. Und man hätte eigentlich schon fast begonnen. Aber dann hat sich einer freundlicherweise gemeldet und gesagt, hey Leute, der kommt nicht rein, kommt, gehen wir nochmal raus, warten wir nochmal kurz. Also sind 14, 13, 14 Leute nochmal rausgegangen. Musste man eben nochmal ein paar Minuten warten. Egal. Und dann ging es los. Dann konnten alle mitmachen. Und das waren dann alle aus einem Team. Von daher hat es gepasst. Da haben die auf die Schadensbälle ein bisschen verzichtet. Und dann am Ende gab es doch eine ordentliche Ladung an Bällen. Denn genau, eben komplett im Team aufgeteilt, um den Teambonus ordentlich zu erhalten. Und außerdem für das Gameplay ganz interessant, die Arena war rot. Und ich war schon vorher da auch. Wie gesagt, habe mir die Arena ein bisschen angesehen aus der Entfernung. Alle Pokémon immer voll aufgeheilt. Also die Motivationsanzeige. Das heißt, da waren wohl einige vor Ort, die dann wirklich mit Goldenen dagegen gefüttert haben. Denn, das habe ich schon mal erwähnt, wenn man es nicht eine Stunde vorher oder eine halbe Stunde circa umschafft, die Arena umzufärben, dann bleibt die so. Bei Mewtwo zählt jeder Ball. Und das ist den ganzen Leuten goldene Himibeeren ohne Ende wert. Und die heilen dann einfach wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch. Da kann man noch so häufig angreifen. Einmal, zweimal runter trainiert. Aber zum dritten Mal kommt es erst gar nicht. Zückt irgendjemand schon wieder seine goldene Himibeere. Und dann bleibt die Arena in dieser Farbe. Also, ich will ja nicht übertreiben, aber ich glaube, eine Stunde vorher muss man mittlerweile schon da sein. Die Leute werden immer heftiger. Aber, und das ist die andere Sache, man muss gar nicht so viele Bälle haben. Natürlich, jeder Ball zählt und so weiter. Aber wer ein bisschen werfen kann, wer den Fangtrick anwendet, sodass jeder Ball auch ankommt, mindestens großartig, dann ist es eigentlich mit einer goldenen Himibeeren-Kombination fast schon aufgelegt. Denn die Fangschuss ist bei weitem nicht so niedrig wie bei einem Raikou, zum Beispiel. Ich habe zwar selbst noch nie gekämpft, aber ich sehe es eben immer. Und ich glaube, es hat sich kaum jemand beklagt, dass Mewtwo irgendwie geflüchtet ist. Und selbst wenn ein Mewtwo ganz niedrige Werte hat, 2220 Wettkampffunkte ist zum Beispiel schwach, das gefangene Mewtwo aus dem Gameplay, 2253 ist ein gutes, mehr als 91% oder 93. Ich habe es nicht genau gesehen, welche Bewertung das hatte, aber eben auf der Tabelle konnte ich jetzt herausfinden 91 oder 93. Und damit kann man definitiv zufrieden sein. Weil man Mewtwo ja sowieso nur in begrenzter Stückzahl hat, gibt es manche Leute, die viele Sonderbongens besitzen und jedes Mewtwo hochleveln. Egal, ob es das Schwächste ist oder das Stärkste, denn die Sache ist, selbst das schwächste Mewtwo aus dem Raid wird vermutlich mehr Wettkampffunkte bekommen als die besten 100%igen von allen anderen. Despotar, Dragoran, das schwächste Mewtwo wird vermutlich alle überholen, wenn man das maximal hochlevelt. Ja, und da Mewtwo ein exzellenter Konter für wirklich alles ist, naja, nicht ganz alles, aber für die meisten Raids. Sogar bei Raikou kann man Mewtwo verwenden, für ein paar Solo-Raids kann man Mewtwo verwenden und so weiter. Also, das lohnt sich schon. Genau, und dann habe ich noch mit Leuten gequatscht, so, was haben die eigentlich gemacht? Was haben die geradet? Wieso haben die die Einladung bekommen? Das wievielte Mewtwo war das? Und zu meinem Überraschen bin ich zu dem Entschluss gekommen, zumindest mit den Leuten, wo ich gequatscht habe, dass die meisten schon Mewtwo besitzen, die noch eines fangen konnten. Und dann habe ich so erfahren, dass einer zum Beispiel, der hat Mewtwo mal genau auch im Drohnau-Zentrum gemacht, in dieser Mall eben. Und an diesem Tag, wenige Minuten, Stunden, ich weiß nicht so genau danach, auch einen Raid bei irgendeiner von diesen Arenen. Und genau dafür, achso, nicht bei irgendeiner, Quatsch, genau, bei dieser Arena war das, hat er dann den Raid ein paar Stunden später gemacht, oder Minuten, am selben Tag, wo der Mewtwo-Raid war, der vorherige. Und dann hat er wieder eine Einladung bekommen. Ist natürlich nur Zufall, aber ich habe wirklich eigentlich auch gehört, so, von einigen, dass sie beabsichtigterweise genau bei den gesponserten Arenen mehrere Raids gemacht haben. Ich habe auch schon jede Arena von denen mindestens einmal abgegrast, denn es hieß ja, man bekommt nur eine Einladung, wenn man bei der Arena zuvor mal einen Raid gemacht hat. Von daher, ich habe schon mal alle abgegrast, aber ich bin nicht täglich dort und mache dort täglich 10 Raids. Alle, die es gibt, so. Von daher, ich weiß nicht, ob das die Chancen nochmal zusätzlich erhöhen würde. Außerdem gab es zum Beispiel drei Leute, eine kleine Familie war da und alle drei hatten eine Einladung. Die haben einfach einen Raid gemeinsam gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau welcher, aber mittlerweile hat man gesehen, egal ob Carpador oder Safcon oder Raikou oder was auch immer, jeder Raid zählt dafür und die waren zu dritt, haben die gemacht und jeder davon hat eine Einladung erhalten. Es gab aber auch genau das Gegenteil, dass Leute gemeinsam waren, aber nur ein bestimmter Teil davon eine Einladung erhalten hat und der andere Teil nicht. Was ich auch auffällig fand, irgendwie habe ich, ich meine, ich habe nicht alle Leute gesehen, aber hier im Gameplay sieht man in der Lobby zumindest, ich glaube, kein einziger 40er war dabei. Und ich meine, so wenige 40er gibt es in Wien auch nicht. Von daher, das fand ich ein wenig verwunderlich. Keine Ahnung. Aber egal. Belassen wir es mal dabei. War ein schöner Nachmittag. Auch einige Leute getroffen. Grüße gehen raus an alle. Und dankeschön, dass ich das Gameplay aufnehmen durfte. Außerdem, das kam soeben rein vor einigen Stunden, es wurde wieder eine neue Welle verteilt. Und zwar für den 18.11. Ich weiß zwar die Arenen nicht ganz genau, aber am 18.11. sollten wieder die nächsten Mewtwo Raids stattfinden. Da, checkt mal euer Inventar, checkt eure Orden. Eventuell ist ja mit etwas Glück eine Einladung diesmal bei euch dabei. Bei mir, wer hätte es erraten? Nicht. Aber egal, ich meine, solange ich die Videos habe, soll es mich nicht stören. Und eine Sache wollte ich noch ansprechen. Niantic hat einen Entwicklerbeitrag, nenne ich ihn jetzt mal, veröffentlicht. Vom Entwicklerteam kam der. Und zwar, als Harry Potter Wizards Unite angekündigt wurde, a.k.a. Harry Potter Go, war ja ein bisschen Unmut in der Community. Die Leute haben so gesagt, ja, jetzt wissen wir, warum hier so viele Bugs in Pokémon Go sind. Die zocken nur noch Harry Potter Go. Und da wurde jetzt ein Beitrag veröffentlicht, so in der Art, übersetze ich das jetzt einfach mal die Quintessenz. Ja, Leute, macht euch keine Sorgen. Wir ziehen nicht extra Leute von Pokémon Go ab für Harry Potter, sondern fokussieren uns auf jedes einzelne Spiel. Auf Ingress, auf Harry Potter, auf Pokémon Go. Und es gibt sogar Dutzende Joblistings, Stellenausschreiben. Es werden immer neue Leute gesucht. Und da soll man sich keine Sorgen machen als Spieler. Es soll sogar, Moment, das will ich aber ganz genau zitieren. Genau. Haltet euch bereit für ein Update nächste Woche. Das steht hier in diesem Beitrag. Und da wir jetzt schon Wochenende haben, also irgendwann zwischen Montag und Sonntag dann, nicht dieser Sonntag logischerweise, ein Update. Ich weiß nicht, ob da von diesem Update die Rede war, welches wir eigentlich schon haben sollten, welches nur verschoben wurde, oder ob mit Update wirklich irgendein neuer Content gemeint ist. Ich denke mal nicht, dass sie noch neue Inhalte vor dem Dezember bringen, denn für den Dezember wurden ja weitere Generation 3 Pokémon angekündigt. Und ich glaube, zuvor wird da nichts mehr passieren, außer eben Bugfixes, Performance-mäßige Updates, irgendwie sowas in der Richtung. Ja, aber es ist immer wieder spannend, hier die Mew2-Rates, zumindest auch als Zuseher, mitzuerleben. Macht echt Spaß, muss man sagen. Die ganzen Leute, wie sich die einteilen. Manche sind etwas strenger. Nö, in unsere Gruppe kommt niemand rein. Und die anderen, ja, hier, komm, komm ran. Einer, den fand ich ziemlich genial. Wie gesagt, um 13 Uhr ging es los. Und was ich immer berichte, ist, 13.30 Uhr ist dann Sendepause für die meisten. Und der kam so irgendwie 13.30 Uhr, ganz chillig. Und habt ihr schon angefangen? Und ich habe nur so innerlich gelacht. Ach, und so, alles klar. Ja, okay, ja, manchmal schafft man es eben nicht früher. Aber die Aussage so, ganz chillig, spaziert er da. Yo, habt ihr schon angefangen? Gut, okay. Naja, dann würde ich mal sagen, war es das mit dieser Folge. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen. Und es geht einfach, wenn ich es mal weiter... Boop, boop.